Na, sowas schönes, ein Spaziergang am Ende des Tages. Na, es ist der Van der Bellen. Servus, Sascha! Wer ruft? VDP, komm her zu mir! Was? Du, ich find das ja frech. Der Schüssel macht einen EU-Rattag als Abschluss der Präsidentschaft. Und ich bin nicht eingeladen. Ich mein, da sind alle 25 Regierungschefs, inklusive ein Schüssel. Da könnt ihr als zukünftiger Bundeskanzler schon mal alle anderen kennenlernen. Der ladt mich nicht ein. Im Moment einmal noch ist der Gusenbauer kein Bundeskanzler. Da werden, wenn überhaupt, die Grünen ein Wörtchen mitreden. Und ich geb dir aber recht, der Schüssel sollte weniger feiern, mehr arbeiten. Ich will auf jeden Fall zu dem EU-Rattag. So, Wolfgang, ich hab alle eingeladen, so wie du es gesagt hast. Protokollarisch haben wir das alles richtig gemacht. Alle 24 Regierungschefs außer dir und den Kroaten. Und ist schon wieder gekommen? Nein, bist der Erste. Aber es sind noch ein paar Minuten, bis es offiziell losgeht. Warten wir mal ab. Ja, der Erste, das bin ich ja schon gewöhnt. Ja, wer ist denn da alle? Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott mit sich. Was ist Wolfgang, keine Lust, ich freue mich schon wieder so auf die Angelika Merke. Ja, ich mich auch. Tick, tack, 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 tack. So, where is Wolfgang? What? Up there? What? Have you seen Wolfgang Schüssel? No. Das ist ein Wahnsinn, Erste. Wo sind die alle? Keiner ist gekommen bis jetzt. Ein schlechtes Management. Miss Management. Das ist ein Wahnsinn. Kann man da irgendwelche Sanktionen ergreifen, weil die nicht daherkommen? Die Drahten könnte ich schicken. Wie soll man das machen? Na, die alten Greibeln bleiben am Boden. Ja, na, da, 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 schau her. Da ist er schon der Erste, ne? Der Franzose ist da. Also das ist der Schauk-Schauk-Rakana, das ist irgendein Frühpensionist, ne? Na, ja. So, ich lasse meinen EU-Rattag nicht verderben, ja? So, alle auf die Drahteseln geschwungen, wir fahren los, ja? Ja, immer der EU voraus. Wo ist Wolfgang? Please, I'm getting nervous. Does anybody have his private phone number? Das ist ein Herr. Der Donny Blair ruft an, ja? Wolfgang, I'm waiting for you here in Brussels. Where are you? Everybody's waiting for you. Hello, Donny. We are having a summit here. We are waiting for you. You have to be here in Luxemburg. Wolfgang, the meeting is in Brussels, not in Luxemburg. No, in Luxemburg, by Wien, is the meeting, ja? Come here. Aber schnell, ja? Aber Hansen. Na, die werden sie verspäten. So, da fahren wir einfach ein Stück voraus. So, aus dem Weg, da kommt der EU-Präsident, ja? Und dann sind wir der EU schon wieder eine Nosenlänge voraus, ne? Immer der Österreicher. So, where are we now? It's Europe, Mr. President. Friend or enemy? It's still a friend. And whom do I meet? The head of the council. What's his name? Wolfgang Schussl. What does he look like? Small guy, gray hair, skinny, wears glasses. Thank you. Thank you for the briefing. I'll find him. Yeah. Hi. Hi, Wolfgang. Wolfgang, how are you doing? Wolfgang, oui, oui. Je suis Wolfgang, I am oui, oui. Everything fine? Yes, oui. Hi. Alles good? So, Wolfgang Schussl, I'm glad they sent you another boring guy from Luxembourg who went last time, huh?